Michael Jung, herzlich willkommen beim CDV und bei German Eventing. Zwei Zitate vielleicht zur Einstimmung. Ich habe eben mit Christoph Hess gesprochen, der hat sie besonders erwähnt, sagt, eine herausragende Runde. Mark Phillips hat in der Pressekonferenz gesagt, das Beste, was ich heute gesehen habe. Was sagt Michael Jung zu Michael Jung und Sam? Ja, also ich glaube, das war auch alles ganz fantastisch. Sam ist immer im Gelände, ganz hervorragend. Und hier, das ist schon nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Aber er hat mir von Anfang an so ein tolles Gefühl gegeben. Und dann ist man immer Sprung für Sprung, arbeitet man sich dann durch. Und naja, das war einfach hervorragend. Das war vier Sterne, nicht nur am oberen Limit, sondern so wie Mark Phillips auch sagte, eigentlich haben wir im Nachhinein betrachtet sogar eine Schippe zu viel draufgepackt. Und Sie machen so, als wenn Sie das jahrelang schon reiten. Ja, also da muss ich nochmal dazu sagen, das Pferd ist auch wirklich einfach genial. Und ich habe den seit fünfjährig, habe den ausgebildet bis jetzt. Jetzt ist er neun, ging jetzt seine erste vier Sterne. Und ich glaube, in dieser Zeit, da wächst man so zusammen. Und der vertraut mir wirklich bedingungslos. Da kann ich im Prinzip alles mit ihm machen. Und das funktioniert einfach. Bettina Heu hat mal zu Ihrem Verhältnis zu Ringwut Kakadu gesagt, wie so ein altes Ehepaar. Trifft das bei Ihnen dann auch so in ähnlichem zu? Oh, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also, also, Pff, Schnitt. Okay, wie haben Sie sich denn speziell jetzt auf Lümmüllen vorbereitet? Ja, also, ich bin mehrere Prüfungen mit ihm jetzt auch geritten. Habe bewusst nochmal mit der Zwei-Sterne in Compiègne angefangen. Dass wir wirklich einen guten Lauf kriegen. Habe mir auch überlegt, ob ich zuerst in Fontainebleau die Drei-Sterne reite. Und dann habe ich mich doch dann für Compiègne entschieden. Und ich glaube, im Nachhinein war das auch der richtige Weg. Weil ich glaube, gerade in der Vielseitigkeit ist auch wirklich das Vertrauen einfach das Wichtigste. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man immer wieder mal einen Schritt zurück geht. Und wieder richtig schönen Rhythmus reinkriegt. Dass das einfach alles sehr positiv immer endet. Dann in Wiesbaden die passende Duftmarke gesetzt? Ja, ich bin extra auch nochmal nach Wiesbaden. Vielleicht hätte man sagen können, dass das ein bisschen viel ist, zwei Wochen vor Lomühlen nochmal Wiesbaden zu reiten. Aber ich habe es bewusst auch nochmal als Training genommen eigentlich. Und weil da ist auch einfach die Dressur, ist da sehr schwierig mit sehr viel Atmosphäre. Ein toller Springparcours, wo auch sehr viel zu galoppieren ist. Der ist ziemlich groß. Und einfach das Gelände auch nochmal. Es ist ein relativ kurzes Gelände. Und ja, einfach nochmal unter Turnierbedingungen alles nochmal durcharbeiten. Und der Erfolg scheint Ihnen ja recht zu geben. Oder wenn Sie sich den Kurs heute nochmal Revue passieren lassen. Alles so gelaufen, wie Sie sich das vorgenommen haben? Ja, also der einzige Moment, wo er mir mal so ein bisschen nach rechts ausgewichen ist, war der Sprung vor dem Wasser. Vorm ersten Müllfortteich. Aber alles andere war wirklich sensationell. Ich muss mich vor dem Pferd auch ziehen. Das war dann am Wasser aber auch schnell wieder auszugleichen? Ja, wie gesagt, das war ein Sprung, wo etwas nach rechts weggesprungen ist. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, mit was das zusammenhing. Aber direkt am Sprung drauf ins Wasser rein, war schon wieder alles in gewohnter Zusammenarbeit. Die Wege, die Sie geritten haben, die Sie gewählt haben, waren das Ihre eigenen Wege? Oder wer hat Sie beraten und gesagt, versuch's mal da? Gut, ich bin auch mit den Bundestrainern im Vorfeld schon das Gelände abgelaufen. Und wir haben uns auch überlegt, ob wir am einen oder anderen Sprung dann vielleicht doch die Alternative reiten. Aber gerade Sam hatte noch nie ein Problem im Gelände. Und ich konnte mich eigentlich immer voll auf ihn verlassen. Und so war's dann auch. Also ich bin losgeritten, die Prüfung. Und das war einfach, der gibt einem so ein sicheres Gefühl. Und man kann wirklich alles mit ihm machen. Mal etwas rückwärts oder nach vorne ausgleichen. Links, rechts, das ist... Er bleibt einfach so auf seiner Linie und weicht keinen Zentimeter aus. Und deswegen habe ich mich dann auch überall für den direkten Weg entschieden. Und dann mit der Zeit auch zwischendurch ja mal gut hingekommen. Das heißt, die Minutenpunkte so getroffen, wie Sie sich das vorgenommen hatten. Oder waren da so Differenzen bei, wo Sie dann, oh man, jetzt muss ich was nachholen. Oder ich habe doch jetzt ein bisschen mehr Luft. Nein, also ich habe nur mal kurz vorm Start nachgefragt, wegen den Minutenpunkten. Aber ich habe mir jetzt da nicht so einen riesen Druck gemacht. Ich bin sicherlich vorwärts galoppiert. Aber ich wusste letztendlich dadurch, dass ich keine Alternativen geritten bin. Der Sam ist eigentlich in der Regel immer ein sehr schnelles Pferd. Und ich habe zwischendurch ihn auch immer wieder mal durchschnaufen lassen. Habe ihn immer wieder mal einen Gang ruhiger galoppieren lassen. Damit er immer wieder schön kraftvoll an den Sprüngen auch bleibt. Und ja, letztendlich hat er es super hingehauen. Aber Sie sind jetzt nicht ohne Uhr geritten? Nein, nein. Also die Uhr hatte ich schon dabei. Aber ich habe mich jetzt nicht so unter Zeitdruck gesetzt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss unbedingt jetzt in der Zeit sein. Sondern Priorität war erstmal oberste Vorsicht an den Sprüngen. Oberste Vorsicht an den Sprüngen auch für morgen? So ist es, genau. Ganz einfach. Wie einfach wird es eine Nullrunde zu reiten? Das wird glaube ich schwer. Also wie gesagt, da ist die erste Vier-Sterne-Prüfung auch so ein Parcours. Muss ich erstmal angucken, was da morgen alles aufgebaut wird. In der Regel springt er ganz gut. Jetzt müssen wir einfach mal sehen, wie morgen von uns beiden dann die Verfassung ist. Und wie das dann alles zusammenpasst. Aber für die Verfassung sehen Sie keine Schwierigkeiten. Sam ist jetzt sehr gut durchs Gelände gekommen. Oder zeichnet sich nicht ab, dass er irgendwo eine Bläsur hat oder so etwas? Nein, also er ist toll durchs Gelände gekommen. Macht auch einen sehr fielen Eindruck. Auch nach dem Ziel ist ziemlich frisch. Also ich glaube, er hat das ganz gut weggesteckt alles. Jetzt müssen wir einfach mal sehen, wie der morgige Tag ausgeht. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen jetzt 10 Euro schenken zum Wetten. Auf wen würden Sie einen Tipp abgeben? Ja, mit Wetten ist das immer so eine Sache. Und sicherlich ist es auch ein kleines Glücksspiel immer wieder. Oder wie soll ich sagen, zumindest. Man braucht immer Glück. Ganz ohne Glück geht es nicht. Und manchmal wackelt es, manchmal fällt es. Manchmal ist es eben so das kleine Glücksspiel dann auch. Und der Tipp für morgen? Tipp für morgen? Ja, gebe ich mal lieber noch keinen Tipp ab. Aber ich hoffe mal, dass es ganz gut läuft. Okay, dann viel Glück und toll, toll, toll. Danke. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.